Hey Leute, wieder da. Uhu, guck guck. Ich habe jetzt ganz kurz in der Pause zwischendrin, die ich gemacht habe, nur mein Invertar kurz leer gemacht, damit wir jetzt wieder in die Höhle gehen können. Denn, oh, ich will gerade nach, das ist natürlich etwas kontroproduktiv, aber egal. Weil in der Höhle stört es uns ja zum Glück nicht. Hopp, hopp. Ich will jetzt ein paar Rohstoffe noch farmen und auch gucken, ob ich ein paar Zombies da unten finde. Da unten ist was, das irritiert mich jetzt so leicht. Äh, hallo? Hi Digga. Äh, wer bist du und was machst du hier? Big Flux. Ja, aber was machst du in meiner Welt? Das ist meine Welt, hier nehme ich auf. Ich war jetzt, aber ich habe mir einfach vorher einen Lagenzugang gemacht und ja, jetzt bin ich halt mit drauf. Ja, nee. Ja doch, wie du siehst. Ja, warum? Was willst du hier? Zocken? Achso. Du weißt aber, was ich hier zocke, ne? Ja, ich wollte halt einfach mal so Hallo sagen. Ach, du wolltest mal Hallo sagen. Was machst du da unten eigentlich in deiner Höhlechen hier? Uh, sexy. Gefällt mir. Äh, warum kommst du nicht hoch in mein Häuschen? In dem Superschönen. Ich, wie du siehst, bin ich ein Nerd, ne? Ja, ja. Das sind Kellerkinder. Darf ich den Keller haben? Geh ich in die Höhle. Ja, da hättest du mir doch einen Keller bauen können. Das sehe ich so blöd aus. Ja, natürlich. Wäre ja aufgefallen. Ich meine, wenn... Ach komm, wäre mir auch aufgefallen. Ich habe dich vorhin schon mal gesehen, nur... Ah, ja, ja. Nur ich wusste nicht, was du bist. Hör auf mich zu schlagen, sonst töd ich dich. Ich habe ein Schwert. Oh. Da. Bam, du Bitch. Okay, Leute. Äh, für alle, die sich vorhin gewundert haben, wer wo was hier macht. Äh, das da ist anscheinend der Big Flux. Und der spiele ich jetzt angeblich mit mir. Ich glaube dem noch nicht. Der ist irgendwie so komisch. Der sieht komisch aus. Ja. Du bist auch komisch in der Birne. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Das ist der Big Flux. Der macht hier auf dem Gamefrog-TV-Kanal das Portal 2 Let's Play. So wie den Portal 2 Group mit mir zusammen. Und geplant hat er noch Need for Speed Rivals. Also, falls ihr Interesse habt, abonniert den Kanal. Allein nur wegen ihm. Ihr müsst nicht diese Folgen schauen, denn die sind eh nicht so ganz so wunderbar. Und, ja. Oder möchtest du noch etwas zu deiner Person sagen? Ja, ich bin, äh, geht durch und durch. Äh, momentan würde ich gerne mehr Content liefern. Kann es aber nicht, da ich beruflich etwas sehr eingespannt bin. Ja, aber das sind wir ja alle so ein bisschen, ne? Ja, nur zwölf Stunden Schichten ist ein wenig heftig. Danach ist es einfach schwierig noch ein paar Videos zu machen. Aber, ich denke mal, es wird nach Weihnachten wieder besser. Und dann wird er auch wieder das größere Content liefern. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Wie gesagt, Leute, also der will auch noch das Need for Speed Spiral Let's Play machen. Das bleibt ihm überlassen, soll ich mal, ne? Und bei ihm könnte ich euch auch sicher sein, dass seine Folgen regelmäßiger kommt als meine Folgen. Das ist das Wasserstreck. Oh, Kohle. Ja, eher so. Oh, das liegt was Süßes. Ja, ja. Ops. So, ist aber auch Licht hier. Ah, schick mich doch gleich nach ganz unten durch. Aber das ist das erste und das letzte Mal, dass du dich einfach so in meine Wilde einschleißt, okay? Ja, ist okay. Gut, dann wird das ja geklärt. Dann bin ich ja glücklich. Ich fand es halt nur irgendwo lustig. Ja, lustig ist es schon. Immer Besuch erwartet. Jetzt habe ich keine Spitzer gemacht. Aha. Oh, alle, alle mit eine Runde. Oh, eins, zwei, drei. Oh, du, der darf ich nicht. Pst, 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 pst. Jetzt hat der schwule Sonne gehört mir geklaut. Also, Leute, ich geh jetzt erstmal nach oben und mach mir erstmal in Ruhe eine neue Eisenspitzsacke. Oh, jetzt ist das bisschen, äh, Zeug hält mich jetzt hier auf. Ich fand es auf jeden Fall lustig. Ich fand es auf jeden Fall lustig. Hehehe. Okay, Leute, alles, was ich gerade gesagt habe, von wegen Kanal abonnieren und Ihnen zugucken, vergesst es. Flame, das geht zu. Schreibt in die Kommentare, wie scheiße er doch ist. Bitte tut mir den Gefallen, ja? Danke, das gleiche bitte bei ihm. Auch meine Sachen gegen mich selber zu verwenden, das ist low von dir. Das ist mir scheißegal. Ich krieg's hier, ich seh jetzt wieder weg. Gott, ich geh sterben. Yay, er geht rauf. Leck mich. Warst du heute schon in einem Bettchen, damit du auch Javi noch an dem gleichen Sport bist? Ja, ich war schon im Bettchen. So, ich mach jetzt hier mal ein bisschen weiter. Ich hab mal ein Fels. Das ist bei unserem Dachhaus bei uns. Nee, nee, keine Ahnung. So, 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 so. Oh, da steht ein Creeper. Hey. Komm her, komm her. Sorry, komm, 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 komm. Fuck it, wo kam der Creeper her? Bist du mir draufgegangen? Nein, aber der hat mir die halbe Bude zerrissen. Ohohohohoho, fies. Nein, nicht schon wieder Creeper. Wo kommen die Kackviecher denn her? Scheiße. Mach doch einer mal die Tür hier zu. Scheiße. Ich hab jedes Mal, wenn du aus meinem Zimmer rausgesagt. Nein. Ich muss erst mal gucken, da ist einer der Kisten. Hallo? Scheiße. Spiel, ey. Das ist ärgerlich, Alter. Oh, das wird er da reinpacken. Ich hab neun Diamanten. Nein, ich wollte keine Wolle setzen, ich wollte Steinchen setzen, so Edelstein-Mäßig Bisschen Bling Bling Genau, Bling Bling, muss ja sein, ne? So, haben wir noch ein bisschen Erde? Ja, Erde haben wir auch noch, das ist Wunderbärchen Der Blingflux ist grad am sterben, das ist besonders lustig Dann stirbt er mit mir Nein, den gefallen tu ich dir nicht Dann werde ich dich erst gar nicht drüber So, ich hatte hier grad irgendwo noch 6 Uhr Schweine Vielleicht, die ich eventuell auch durchbratzeln sollte So, Bisschen zu mir weiß, so... Wo sind meine Stöcke da? Eine Gehhilfe Ja, ich brauche halt eine Gehhilfe, hast du ein Problem damit? Äh, nein, solange du mir nicht mal weglaust Nö, keine Angst Und wieder ein Eisenschwert, das muss Wie gesagt, ich töte wie du deinem Schwert kommst Äh, Holz hab ich noch ein bisschen, das ist auch nicht schlecht Dann machen wir nämlich erstmal So, die 4 Sticks Und dann machen wir noch eine Tür Wie ich zum Teil fahle, das geht ja mal gar nicht Obwohl, gehört zum guten Ton Wie heißt das auch nicht Let's Play, sondern mit Sale Richtig Vielleicht ist die Folge schon wieder Verdammt, hab ich mir eine Axt gemacht Ich bin ein Depp Egal, kann ich gleich ein bisschen Holz machen Wolle ich auch noch machen So, wo sind die leckeren Samen? Hier sind die leckeren Samen Nein, 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 nein Ach, die fallen von da oben runter Ach, leck mich doch am Arsch Hast dich erschrocken oder was? Nein, aber Die fallen direkt aufs Feld und hauen da Und jagen dann die ganze Bude in die Luft Na, mach den Scheiß Na, da muss ich mir doch extra noch so ein Na super, jetzt chillt da so eine Creeper im Haus, Alter Jetzt ohne Flatz Okay, raus Gut, gut Na, jetzt hab ich mir den Eingangsraum zerdeppert Boah, ich kann das kotzen Ich weiß, wenn das nicht gegen die Regeln wäre, wenn ich dir helfen, aber Na, du darfst mir helfen Ich dachte, das wäre gegen die Regeln Nö Deswegen darfst du auch mit mir aufnehmen So Okay, und wieder das noch klein zu machen Müsste ich nach oben kommen Boah Naja, das ist fast mit Arbeit verbunden, was? Ja, ich bin mit mir heute gerade noch drauf Ich lass mir was leckeres mit uns, das ist alles kein Thema Ich weiß, was ist Spaß, Spannung, Spiel und Schokolade Genau So, und nehmen wir mal das Ganze so Das haben wir dann hier Und da das Rutschen ist, dass das Weiße kommt, ich liebe Kinder Schokolade Na ja, sicher doch, Alter Das ist Sau, du So, das Problem haben wir gelöst Jetzt hab ich ein bisschen Fleisch Und, äh, ja, jetzt muss ich erstmal die Folge wieder beenden, weil die letzte ein bisschen zu lang war Also, vielen Dank fürs Zuschauen Bleibt hier oder lasst es bleiben oder hängt euch auf oder Äh, ach, ihr findet schon was, was ihr machen könntet, das ist mir grad sowas von egal Äh, bittwochs möchtest du dich nur verabschieden, so ein bisschen? Jo, man sieht sich bis zur nächsten Folge, ich bleib noch ein bisschen hier Okay, tschüss, tschüss